Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal ein paar Sachen an, Freunde. Kommt mal mit. Für die Innenraumreinigung haben wir hier wildes Zeug hier. So ein paar coole Pinsel. So ein geiles Cleaning-Gel. So was hier. Ja. Freunde ihr wisst, alle Links in der Videobeschreibung könnt ihr mal auschecken. Guckt mal was das Zeug taugt. Probiert mal ein bisschen was aus. Ich würde sagen, let's fucking go, oder? Lass einen Daumen nach oben da, Freunde. Danke. So, fangen wir mal mit das ganz Einfachen an. Hier machen wir mal den kleinsten Pinsel. Eine richtig geile Schokoladenspur. Und ich versuche jetzt mal dort wegzukriegen. Ich hab dort schon einiges probiert und bin mal gespannt, ob das mit dem Pinsel geht. Ich hab hier so ein bisschen mit dem Pinsel. Und dann noch ein bisschen Tuch. Und dann noch ein bisschen Tuch. Und dann noch ein bisschen sauber, Freunde. Nice. Der Pinsel ist echt geil, Alter. Ich probiere nochmal was aus. Wir probieren doch erstmal was anderes aus, bevor ich jetzt nochmal hier weiter mache. Das war dieses gute Ding hier. Aber jetzt mal die Torque. Da könntest du auch einfach so ein Pinsel nehmen. Und hier ist es viel einfacher. So, wir müssen weiter mit dem anderen Pinsel. Der ist echt cool. Ja. Das ist schon besser, ja. So, jetzt probieren wir noch mal eine richtige Härte-Stelle aus, und zwar hier, die liegt immer schön in der Arm. Also hier kann ich es mir nie vorstellen, dass es nicht mehr mehr Verschmutzung ist, hier ist schon die Farberunde. Was haben wir noch? Aber ich glaube nie, dass das irgendetwas bringt. So, und damit? Hier ist echt schon gut Betrieb drin. Oh, der passt sich gut an hier. Hier soll ich auf jeden Fall ein bisschen was tun. Boah, ist das denn kalt? Ist denn hier drinnen ein Stein, Alter? Boah, das hinten ist ja immer noch Dreck hier drin. Wollen wir mal wissen, dass wir das mit dem Pinsel lösen. Für den Pinsel geht das natürlich easiness. Der Pinsel ist echt gut. Der Pinsel ist echt gut. Alter, das sieht aus wie neu gefühlt. Alter, what the fuck? Dann können wir das Ding hier ganz getrost wieder hier reinlegen. Freunde, was haben wir da draus? Das hier kann weg. Was haben wir noch da draus? Das hier kann weg. Das einzige was wir brauchen, ein Pinsel oder ein Pinselset für verschiedene Stellen. Ein cooles Mikrofasertuch und ein bisschen Fitwasser. Und damit kriegt ihr das meiste Zeug sauber, Freunde. Ich verlinke euch nochmal ein Video zum Felgenreinigertest. Und danke fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, Freunde.